Herzlich Willkommen bei Monaco Deluxe, eine neue Ausgabe und ich bin hier mit einer Band unterwegs und zwar mit Corses. Und warum seid ihr eigentlich in München, Jan? Erzähl mal. Es ist unser erster Besuch in Deutschland und wir spielen jetzt gleich im Strom hier gegenüber und im Vorprogramm von Joseph Salvat und freuen uns endlich mal München besuchen zu dürfen. Du bist das erste Mal in München? Mit dieser Band, ja. Ich war schon öfter in München, aber jetzt zum ersten Mal mit der Band. Ich bin hier sehr erleichtert, dass du Deutsch sprichst, aber neben mir ist der Rupert und er spricht nur Englisch. Rupert, is it your first time, your first visit in Munich? I believe it may be. I don't think I've been here before. I may have been, but I don't remember. Tell me, are you afraid, because you're having a gig, I think in the next half an hour? Nervous? No, no, no. No, not at all. I'm more nervous about slipping over on the ice on the way to the venue, because it's freezing outside. But not nervous to play, excited, looking forward to it. Er ist nicht nervös, wunderbar. Die Jungs sind gut vorbereitet. Ihr hattet heute Nachmittag schon die Möglichkeit zu einer Probe, oder wie nennt man das, professionell? Soundcheck? Ne, hatten wir noch nicht. Wir kommen jetzt gerade aus dem Bus aus Berlin. Wir haben gestern Nacht in Berlin gespielt, heute sieben, acht Stunden im Bus gesessen und sind jetzt gerade hier angekommen. Soundcheck kommt noch und dann geht's los. Die Jungs spielen im Storm und in München und zwar gleich. Sie waren heute in Berlin und ihr spielt, glaube ich, noch zwei Konzerte. Wo genau? Wir spielen in Deutschland noch in Frankfurt und in Köln und dann noch zwei in der Schweiz, in Lausanne und in Zürich. Ich habe auch gehört, ihr seid auf Festivals unterwegs. Wir sind auch? Auf Festivals unterwegs. Ja. Und wo trifft man euch? Auf welchen Festivals seid ihr unterwegs dieses Jahr noch? Nur in Holland im Moment und Lowland ist ein großes Festival. Constellate Sea ist ein sehr großes Festival. Solche Sachen, aber leider noch nicht in Deutschland. Also wenn einer schaut, dann ladet uns ein. Rupert, ist es die erste Mal, dass du mit Josef spielst? Wir spielten letzte Nacht mit Josef, als wir ihn unterstützten. Und heute, die zweite Nacht, machen wir, glaube ich, drei oder vier mehr Spiele mit Josef. Und dann haben wir einen sehr beschäftigen... Wir sind jetzt in der Mitte von zwei Tours. Wir sind in der Mitte von unserer eigenen Headline-Tour in den Niederlanden. Und dieser Support-Tour hier. Also wir sind in der Mitte. Es ist ein sehr beschäftiges Jahr für uns. Es ist viel Spaß, aber viel Fahrzeug. Aber ich habe noch nicht gefahren. Ich muss noch nicht gefahren. Ihr sitzt hier die meiste Zeit im Bus zum Glück und werdet gefahren. Jungs, ich sage vielen, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche euch viel, viel Spaß heute Abend. Und geht ins Konzert, schaut euch die Videos an. Die Jungs sind klasse und sind mit Josef auf Tour. Vielen Dank, das war Monaco Deluxe. Hier im Café Blue mit Corses. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich habe eine Curry auf ein Friday night. Und einfach nach der Stadt. Und ich war glücklich mit mir da. Ich war glücklich mit meiner Frau da. Und dann, wenn ich nach London bin, war es eine komplett andere Erfahrung. Und es war wie eine andere Welt.